ja was geht meine freunde selbe wieder am start ja weiter geht's mit rocket league wieder mal mit tronic er wollte eine revanche oder hat mir eine revanche angeboten sagen wir es mal so und ja mal gucken was wir jetzt reißen können ups ja übertreib halt kurz nebenbei erwähnt ich heiß Oggi alles lieben und der dabei ist voll wieder durcheinander immer diese namensende ich habe ja mein Name ich habe ja meinen Namen geändert und das ist das hat für schwere jetzt gesucht oh ja ja Ja, der war gut, der war echt gut, wenn ich da einfach mal dezent vorbeifliege. Wo ist der Ball? Da. Du musst ja wieder übertreiben. Nein, du bist so ein Idiot! Nein! Alter, nein, Digga, hör auf! Hör auf! Nein, Digga, ich bin so ein Idiot! Das war so dumm von mir! Was war das? Was? 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 Dann schau es dir an! Das war... Ich mach's nicht. Scheiße. Was ist los? Gebt der immer die Hoffnung ab? Never. Ja. Ey guck mal, das ist einer. Wenn ich da noch rückwärts, wenn Surin ist zu retten. Nein, 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 nein. Oh, fuck. Nein, 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 nein. Ich hab's nicht. Nein, 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 nein. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ja. Oh, fuck dich. Nein, 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 nein. 3-3 jetzt kommen Nein, nein, nein Oh, ich bin so ein Idiot Jetzt fälsch ich den Ball auch noch ab Das gibt's doch nicht, der geht nicht rein Gut so Alter Nein Das kann nicht wahr sein Ich kann gerne mit Ich biete es dir an Die Leute sind jetzt hier so die Zeugen Ich biete es dir an Wir können so lange Revanche machen Bis einer von uns drei Gruppen gewonnen hat Und das sehen wir dann im nächsten Video dann Er überlegt sich's Leute Er überlegt sich's Er überlegt sich's Das ist ja Ich bin so ein Und du Und das ist ja Ich bin so ein Nein, nein, hör auf! Nein! Wo ist du? Nein, hör auf! Ja, nein, hör auf! Ja, nein, hör auf! Ich fass das nicht Der geht mir ein nach den anderen Hattrick, yeah! es ist nur ein spiel und der spars zählt es ist nein wie er jetzt ganz still wird Nein, bitte! Fuck! Revanche, ich will eine Revanche! Ich will eine Revanche! Okay, kriegst du. So, kriegst deine Revanche. Unglaublich, wie der mich gedrückt hat. Diesmal bin ich Team Rot, Alter. Team der Böse. Ach, ein Tor. Ja, Tor nach zwei Sekunden. Mach ich nur mit links. Machst du mit links, okay, Alter. Jetzt bin ich warm. Leute, passt auf, wie ich... Ich würde seinen Ruf zerstören. Du wirst nie wieder Auto fahren können, glaub mir. Kann ich doch eh nicht, ich hab keinen Autokrat. Ah! Bitteschön. Jetzt wird er wieder ruhig. Nein, Mann, alles easy, Alter. Fuck. Wirst du wieder herrisch? Nein! Guck mal, Tisabi ist die zweite Weggeschleure, Alter. Ja, Mann. Guck das mal an. Wird auch noch boostet, Alter. Ja, Mann. Ja, Mann. Auch mal gut, äh, was haben wir das außer Call of Duty zu zeigen, ne? Auch wenn es nicht mein Channel ist. Machst du auch auf deinen Channel? Apropos, den Link findet ihr eine Beschreibung. Ja, 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 rein mit dir. Ronny, Ronny, ja. Na? 3-1, Kollege, was ist los mit dir, hä? Wirst du langsam schlapp? Gibst du auf? Bist du müde? Bist du müde? Hä, bist du müde? Sagst mir, hä, bist du müde? Nein, ich hab keinen Kaffee getrunken. Ich und müde werden. Du alter Sack, mach Platz. Die Straße gehört der Jugend. Ach, scheiß. Alter. Jetzt gibt es mir aber richtig böse. Oh, warte, ich will das noch warm. Das kann nicht wahr sein, Alter. Was ist los, Digga? Geht's dir gut? Alles gut. Ey, fick dich, ganz ehrlich. Na, scheiße. Komm, schau, ne? Da wird einer ganz still hier. Aber. Du bist täuscht. Das ist eine optische Tauschung, nennst du? So eine Art Illusion, nennst du? Oh, scheiße, man mit Skopkontrolle war jetzt keine gute Idee. Ich hab ja diese Pansel-Store. Ich hab jetzt auch so sein, spiele ich. Ich soll, ah, heilig, du, ins Tor, sondern... Ball! Ball! Nein, jetzt sagt er, die Chance, ich hab keinen Boost mehr. Okay, so. Komm, schau. Ach! Nein! Nein, Digga, hör auf! Das kann nicht wahr sein, Alter! Das kann nicht wahr sein! Verdammt, scheiße, echt! Was für ein diabolischer Lache. Weil... Der Ball ist gekauft. Guck, der Blink-Tool schon die ganze Zeit orange, der ist gekauft. Alter, was ist das? Ah, ich schaff das nicht. Alter, du hast den Ball zurückgekauft. Was hast du dem angeboten? Ich nix. Ich hab den Ball in der Nacht mit mir geboten, aber ich scheinen wollte es nicht mehr gut genug zu sein. Ah! Du Locker! Nein, 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 nein! Doch! Das gibt's nicht. Doch, mein Roller! Alter, Baby! Hahaha! 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 Ah, ach komm, fick dich. Ups, ist mein Headset kaputt. Also mein Freund, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt doch ein Däumchen nach oben und schaut auch beim Tronix, äh, beim Augie vorbei. Also, haut's rein. Ciao.